und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei mighty number nine und das haben wir das haben wir nicht wir gehen jetzt in die roboterfabrik aber diesmal sind wir zum glück wieder weg kurz und knapp ok wo ist hier cherry dynamics herr we go the security system is scrambled as it is you must hit the panel there to open the door it only remains open for an instant but that should pose no problem for you her 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 oh verdammt ok nein wie soll ich denn kann ich das ding hier irgendwie anhalten komm ich doch nicht hoch oder vielleicht mal oder die neue gee them die 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 Nein! Okay, wenigstens merken wir, wir müssen hier die Waffen von allen kombinieren. Hey, get it together you two! Tyrannosaurus Bex is here! The Haywire-Robot assembly line is just on the handset, it's all up to you! Roger, Avi! I'm on it! So. Go! Nein! Jetzt ist die Frage, kann ich mit dem eigentlich auch... Ja, kann ich, okay. Damit hat sich die Frage dann zum Glück erledigt. Ja! Ja! Ich habe keine Kano-Bluß, die stärken sind! Ich empfehle die Zeal, Bat! Können Sie die verrückte Leute nach unten? Hey, get it together, you two! Tyrannosaurus Bex is here! The Haywire-Robot assembly line is just up ahead, Becker! It's all up to you! Roger, Avi! I'm on it! So. Wir wissen ja jetzt zum Glück ein wenig, was wir zu tun haben. Okay, sagen wir, wie es ist. Wir wissen's! Was funktioniert das? Ha! I have no Kano-Openers that hit harder! I appreciate the Zeal, Bat! Could you take the crazy down a notch? Hey, get it together, you two! Tyrannosaurus Bex is here! The Haywire-Robot assembly line is just up ahead, Becker! It's all up to you! Roger, Avi! I'm on it! Gott. 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 Um, Mom... Okay. Das war's. Hat der sich regeneriert, der Drecksack? Nein! Oh Gott! Und schon wieder so ein mieser Endboss. Wir versuchen's mal so. Und dabei ist das nicht mal ein Endboss, sondern ein Zwischenboss. Das macht's ja nicht gerade besser. Ah ja, versuch was wert. So. Geht doch! Oh, wusste ich nur, dass es jetzt noch weitergeht. Oh Gott. Well, 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 what do we have here? Yo, Pet Propolis, I got a hot scoop to deliver to Tom's Sondabag. Oh Gott. Sicher ist sicher. Was? Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Haha! Ich möchte befürchten, dass jetzt der nächste Endpass kommt. Nein, ich hab da was liegen lassen! Oh Gott! Den von dem kenne ich irgendwo her. Hier geht's! Ich merke gerade, dass die Waffe überhaupt nichts bringt. Haben wir gegen den nicht schonmal gekämpft? Oh, ist eben so! Au! Ich würde gerade sagen, komm runter! Fertig! Hoffe ich. Ja! War da schon immer auf? Hätte ich da nicht einfach flüchten können? Ähm... Ich habe ein wenig Angst. Nein! Halt! Das ist mehr wie du! Halt! So, haben wir schon rausgefunden. Wir brauchen den. Nein, das gibt es nicht. Habe ich eigentlich nicht irgendwas, was ich nach oben schießen kann? Ach, warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Okay, das war der. Das kann doch nicht angehen. Wieso treffe ich den nicht, verdammt? Warte mal. Das war gerade ein wenig. 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 Das war gerade ein wenig.